Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Dankeschön und herzlich willkommen. Ja, guckt nicht hier genauso hin. Ich bin noch ein bisschen durch. Ich war heute beim Spalten-Micher, beziehungsweise gestern und heute. Wer mir bei Instagram folgt, wird das Ganze mitbekommen haben. Wartet mal ab nächsten Wochen, da kommen einige sehr, sehr geile Videos. Jetzt haben wir ein Thema. Wir sprechen über die Amazon Prime Angebote. Und ich habe nämlich einige hier für euch rausgesucht. Als erstes, für alle, die das nicht wissen, man braucht Amazon Prime, also ein Prime Account, muss man haben, damit man da mitmachen kann. Ich packe euch den Link für Prime natürlich auch mal unten rein. Und dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, diese Angebote wahrzunehmen. Und ich persönlich finde es verdammt geil. Und dementsprechend will ich es euch auch nochmal zeigen. So zum Beispiel für die kleine Gloria, die immer größer wird, habe ich nämlich jetzt hier auch so einen kleinen Echo dort bestellt, damit sie so ein bisschen Hörspiel hören kann und sowas. Über Spotify beispielsweise geht das, wenn man da einen Account hat und so weiter und so fort. Dementsprechend, jetzt gucken wir ein bisschen, was gibt es denn im Autopflegebereich. Das interessiert euch natürlich in den Angeboten. Und hier wirklich ein absolutes Klopperangebot. Hier kostet tatsächlich der All-Clear-Waschhandschuh, habe ich ja auch schon sehr, sehr häufig in Videos gezeigt und gekästet, nur 7,77 Euro. Also das ist wirklich ein Spottpreis. Für 7,77 Euro kannst du so einen Handschuh dann auch wirklich gut nehmen für die Felgenreinigung. Da wäre mir dann auch nicht zu schade bei diesem geringen Preis. Als nächstes haben wir dann hier das Ultra-Mikro-Faser-Poliertuch und Cockpit-Tuch oder Cockpit-Pflege. Das ist der bescheuerte Name für ein Tuch, den man sich hat ausdenken lassen hier bei All-Clear. Nichtsdestotrotz hat eine schöne kurze Faser. Das ist nur ein Branding, also jetzt hier so eine Einblendung hier drauf, All-Clear. Das ist da nicht reingebrannt oder irgendwie sowas. Da braucht ihr nicht denken. Also wirklich ein cooles Tuch. Eignet sich zum Beispiel zum Versiegelungsabtragen. Wegen der kurzen Faser ist das dafür sehr gut. Oder aber, wie es hier auch steht, für den Innenraum wirklich ein Top-Tuch. So, ansonsten, wer noch keine Gloria FM 10 hat, hier die Flex-Variante, sprich mit dem langen Rüssel hier dran, jetzt im Angebot. Und als Hinweis nochmal, ihr müsst jetzt auch relativ flott sein und schnell sein und aufpassen, dass die Angebote nicht ausverkauft sind oder aber beendet sind. Normalerweise sollten sie, ich nehme das Video jetzt hier gerade am Dienstagabend auf, sollten aber eigentlich noch über den gesamten Mittwoch laufen. Aber es kann natürlich sein, dass es ausverkauft ist oder sonst was, eine Änderung spontan reinkommt und dann kriegt ihr es halt nicht mehr. Und deswegen, nicht zu lange warten und ich packe euch alle Links unten rein. Und dementsprechend, die ist halt ganz cool, hier sieht man das ganz gut. Ne, haben sie nur auf die Felge gesprüht, anstatt das hier mit dem Rüssel beim Radkasten zu zeigen. Dafür ist das natürlich optimal. Ansonsten gerne mein Video, verlinke ich euch auch unterhalb des Videos, nochmal dazu angucken. Ansonsten, Gloria, nicht verwechseln. Das ist kein Schaumsprüher, das ist nicht die FM10, wie jetzt hier gerade. Die ist nicht für Schaum, sondern ist ein Drucksprüher. Drucksprüher, ihr seht das hier vorne schon am Kopf, ist nämlich nochmal was anderes. Da könnt ihr beispielsweise so einen Sonax Multistar einfüllen und den dann zur Vorwäsche benutzen oder auch andere Sachen damit. Wichtig, hat einen pH-Wert, also die Dichtungen und alles sind dafür ausgelegt. pH-Wert von 2 bis 12, also ein verdünnter Multistar von Sonax ist kein Problem. Oder auch ein säurehaltiger Felgenreiniger, den man reinmachen könnte, der bis zum Wert von 2 geht. Also ein Tuga Rot wäre jetzt nicht. Der hat ja, ich glaube, offiziell 1 irgendwie das pH-Wert. Ich hatte schon mal 0, irgendwas bei dem gemessen. Also den würde ich daran nicht einfüllen. Ansonsten, als nächstes, alternativer Waschhandschuh zu gerade ist der Maguire's Waschhandschuh. Auch sportbillig für 12,31 Euro. Und hier sehen wir das, der günstigste Preis der letzten Monate war hier 15 Euro bei Amazon. Nebenbei, bei mich per Instagram. Immer wenn ich wieder diese Anzeige hier zeige, ich habe extra, und ich verlinke es euch hier an dieser Stelle, im Ollis-Welt-Kanal drüben ein Video gemacht, wie ihr diese Preisansicht auch bei euch im Browser reinkriegt. Ganz einfach und kostenfrei. Als nächstes haben wir dann hier Waterless Wash & Wax. Wer auf dem Treffen fährt oder ähnliches, leichte Verschmutzung und sowas entfernen möchte vom Lack. Wirklich ein cooles Zeug. Habe ich auch schon getestet. 13,49 Euro. Wir gucken nochmal. Was ist das? Normal 17,50 Euro. Günstigster Preis der letzten Monate hier 16,85 Euro bei Amazon. Also dementsprechend Mid-Prime. 13,50 Euro. Also Versank inkludiert. Kannst du absolut nicht meckern. Das ist wirklich geil. So, ansonsten, coole Felgenbürste von Maguire's auch. Also wir bleiben jetzt noch ein paar Produkte hier über bei Maguire's. Sehr, sehr weiche, schöne Faser. Das müsste die Medium sein. Genau, das ist die M, also die mittlere Variante. Es gibt noch eine große, die scheint aber nicht im Angebot zu sein. Jetzt hier für 15,45 Euro. Guckt es euch an. Bei der Felge. Perfekt. Perfekte Felgenbürste. Muss man klar dazu sagen. Ich mit meiner M135er Felge habe es da ein bisschen schwieriger, eine passende Bürste zu finden. Es existiert einfach keine. Also das ist halt grundlegend das Problem. Aber gut, müsst ihr entscheiden, ob das für eure Felge passend ist. Ansonsten hier dieser Zottel-Wash mit. Ich wollte ihn euch zeigen, weil er im Angebot ist. Ich würde mich nicht holen. Achtung, Hinweis. Hier steht es auch bei. Das ist ein Blitzangebot. Und wenn das Video online ist, weil ich das jetzt abends aufnehme, dann über die Nacht rendere und hochlade und alles. Bis morgens früh ist dieses Angebot hier beendet. Weil das läuft halt nur noch Stunde 45 jetzt. Nichtsdestotrotz einfach mal reingucken, wie der Preis ist. Vielleicht wurde es auch verlängert. Sowas gab es bei Prime, meine ich, auch schon mal. So, ansonsten haben wir hier noch eine Ultimate Polish. Ja, also die Maguire's Polituren sind okay. Ich würde sie mir persönlich nicht mehr kaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich weiß, das Maguire's hat eine große Fan-Community. Und dementsprechend sage ich das halt einfach. Ist im Angebot. Was ihr schlussendlich kauft, dafür seid ihr alt genug. Da bin ich nicht für zuständig, um euch das vorzuschreiben und ähnliches. Sehr geil wiederum ist der Interior Brush, Bürste, Pinsel, so heißt es genau, hier. Man kann nämlich die Länge der Borsten so ein bisschen individualisieren durch den hier. Man verschiebt den hier vorne nämlich. Ich finde das ganz cool. Je nach Anwendung ist das ganz nett. Und ist natürlich Vollkunststoff. Und dann hier auch so ein bisschen gummiert in der Richtung. Und mit dem Kunststoff, darauf will ich hinaus, kannst du halt nichts beschädigen. Weil wenn du jetzt so einen Metallpinsel nimmst und ähnliches, dann müsst ihr ihn erst abkleben und so. Den finde ich ganz cool. Aber ich sehe gerade, der wird wahrscheinlich morgen früh dann, wenn es online geht, auch ausverkauft sein. Also folgt mir auf jeden Fall mal drüben bei Insta. Da habe ich auch schon ein bisschen was da in der Richtung gepostet. Das ist halt nochmal aktueller, weil da mache ich eine Story und dann ist er halt direkt oben. Ansonsten hier, sehr geiles Shampoo, aber auch wieder befristet. Müsst ihr dann auch gucken, was es kostet. Maguire's Gold Class Car Wash. Sehr geiles, schäumendes Shampoo. Echt ein Klassiker. 1,89 Liter. Müsste eine halbe Gallone sein. Hier für 19,37 Euro. 30, auch noch ein Blitzangebot. Ganz cool. Wird hier schön aufgetragen aufs Pad und dann auf die Kunststoffteile. Das nächste haben wir dann hier. Sonax Profiline Plastic Care. Ziemlich geil. Gerade für die Motorwäsche. Also wenn die Motorwäsche gemacht werden. Plastic Care für Interior-Bereich und auch Exterior. Man sieht es hier zum Beispiel. Wird irgendwas Einstiegsleistenmäßiges gemacht. Wirklich optimal dafür. Dann, und ich sehe gerade, sorry, aber das sind irgendwie alles diese scheiß Blitzangebote jetzt hier im Hintergrund. Sorry dafür. Ich hoffe, sie sind doch noch verlängert oder in einem doch noch akzeptablen Preis. Die Claydisk, gerade gestern im Spaltenmicher, Grüße gehen raus, ausgiebig gemacht und genutzt. Ausprobiert. Sau geil. Wirklich absolut ein geiles Gerät. Kann ich euch nur empfehlen. Denn das macht wirklich Spaß. Und ganz wichtiger Hinweis hier. Soweit ich gehört habe von Sonax, wird diese Handschlaufe bald nicht mehr verfügbar sein. Ja, das ist dann halt auch den letzten zwei Jahren leider geschuldet. Und jetzt gibt es hier halt noch die Restbestände, die du dann jetzt abverkaufst. Ansonsten müsste man es halt auf der Maschine benutzen. Und ich finde es auf der Hand deutlich besser, weil du spürst halt das durch den Schaumstoff in deiner Hand das Feedback. Und als Alternative zur Knete, mega geil. Also ich bin tierisch begeistert von dem Ding. Man sieht das ja, das hat ja hier so eine Art Tentakeln, also von den Löchern her. So kommt mir das so vor, wie so Tentakeln bei so einem Oktopus. Und das saugt sich auch wirklich so richtig da auf den Lack. Also ich fand das echt geil. Freut euch da mal auf das Video mit mich ja gemeinsam. Felgenreiniger Plus, wirklich ein saugeiles Zeug. Hier in der Max-Effekt-Variante für nur 41 Euro. Da kannst du wirklich nicht leckern für 5 Liter. Macht einen Literpreis von 8,36 Euro. Dazu einen geilen Sprüher. So zum Beispiel nämlich, naja, nicht schließen, sondern da wollten wir hin. Den Gloria CM12. Mega. Da bist du richtig perfekt mit ausgestandet. Das ist echt cool. Ansonsten von Vitazzo. Und den gibt es auch von zahlreichen anderen Herstellern, anders gebrandet. Kennen einige von euch aus meinen Videos. Für nur 9,09 Euro nämlich ist das hier die Tierhaarbürste. Das sind so starke Gummiborsten. Und damit hat man wirklich die Möglichkeit, ideal hier Katzenhaare, Hundehaare, alles, was du so im Auto mitgenommen hast, auf den Fußmatten, auf den Sitzen drauf hast, zu entfernen. Dann sehr coole Sachen gibt es mittlerweile auch von Glatt. Ganz cooler Handschuh hier für 8,99 Euro. Nette Faser. Die hängen auch irgendwie mit Allclear zusammen, aber ich habe es nicht verraten. Aber wer lesen kann, findet sowas auch raus. So, als nächstes haben wir dann hier auch noch Glatt. Drei Premium-Tücher. Richtig schöne, kuschelige Faser kann man quasi dazu sagen. Drei Stück davon für 12,79 Euro. Das ist ein cooles Allround-Tuch. Kann man immer wieder gebrauchen. Kostet dann im Endeffekt 4,30 Euro, 4,20 Euro irgendwas um den Dreh. So ein Tuch. Das ist top. Nimmt man mit. So, und dann noch zwei Sachen haben wir hier. Sehen wir einmal hier Detail-Brushes. Nicht Detail, sondern Detail. Aber die sind mir ins Auge gestochen, weil ich die vom Preis her attraktiv finde. Weil wir wissen, manche andere Hersteller bringen die auch raus. Ghostbusters zum Beispiel. Grüße gehen raus, die das gemacht haben. Und die sollen ganz cool sein, die Dinger. Ich habe die auch nur mal beim Kumpel ausprobiert. Ich fand die auch nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, wie die qualitätsmäßig jetzt hier bei so einem No-Name, was auch immer, Anbieter sind. Aber für 13,19 Euro kann man die mal mitnehmen und ausprobieren. Die haben auch noch hier für 12,79 Euro. So zwei andere Pinsel finde ich im Verhältnis zu den Velle Pro Dashbrushes aber zu teuer. Würde ich mir nicht mitnehmen. Also dementsprechend nur die anderen. Und ansonsten, nö, das war es eigentlich, was ich gefunden habe. Wenn ich irgendwas übersehen und vergessen habe, schreibt es gerne unten rein. Ansonsten natürlich bei den Amazon-eigenen Produkten nochmal gucken. Also gerade so ein Echo Dot. Mega Gerät. Also muss man wirklich sagen, der kleine Lautsprecher 1999 mit WLAN allem drum und dran. Klasse Teil. Finde ich wirklich persönlich sehr toll. Dementsprechend, Leute, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Schreibt da andere Sachen unten rein. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr was bestellt habt. Interessiert mich. Daumen hoch fürs Video, haut rein, bis zum nächsten und ciao.